Der kompakte Kofferkompressor von Einhell deckt viele Anwendungen rund ums Haus und Heim ab. Egal ob Autoreifen aufpumpen, die Bikes von den Kids mit Luft füllen oder den Fußball aufpumpen. Du hast keine Lust auf ständige Wartungs- oder Reparaturarbeiten? Kein Problem. Im Inneren des leistungsstarken Luftkompressors arbeitet eine öl- und servicefreie Pumpe. Somit beschränkt sich der Wartungsaufwand auf ein sehr geringes Maß. Dank Schnellkupplung und 3 Meter langen Druckschlauch bist du super flexibel aufgestellt. Der 1.100 Watt starke Motor erreicht einen Maximaldruck von 8 Bar. Das ist schon beachtlich für so eine kleine Größe. Pulsiefgeheim 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 Bis zum nächsten Mal.